In London hat am Mittwoch der Gerichtsprozess gegen US-Schauspieler Kevin Spacey begonnen. Dem Oscar-Preisträger werden zahlreiche Sexualdelikte vorgeworfen. Der 63-Jährige bestreitet die Vorwürfe von vier Männern, die sich zwischen 2001 und 2013 ereignet haben sollen. Die Anklagen umfassen sexuelle Übergriffe unterschiedlicher Schwere. In einem Fall droht lebenslange Freiheitsstrafe. Zum Prozessauftakt am Southern Crown Court wurden am Mittwoch zunächst die Geschworenen ausgewählt. Mit der Verlesung der Anklage rechnen Beobachter in den nächsten Tagen oder der kommenden Woche.